Man lernt dazu ab, oder mal, also der Old Fashioned Christmas-Code und so, man lernt Dinge, das ist noch etwas Neu. Wir freuen uns, dass wir hier singen können. Und Old Fashioned Christmas, das nächste Stück ist so weit, dass ich dazu zwei Worte sagen wollte. Es stammt nämlich aus Island, aus dem Land, wo eigentlich einfach ein kalter Rudel ist. Und der Text ist es im 12. Jahrhundert, viel älter kann kein isländischer Text nicht sein, weil das ist ja nicht mehr häufig. Es ist ein Lied von Goldberg, die Typgesong, der es angeblich im 12. Jahrhundert nach einer Schacht geschrieben hat, in letzter Kraft. Es ist eine Mitte im inneren und äußeren Frieden. Es ist eine Mitte, an dem Himmelsschrieb, wie bei uns noch dort angeredet wurde. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern. Und es ist eine Mitte, um alle menschliche Sorgen aus der Wucht des Gleiches zu erinnern.